Oh lala, nach dem Finale ihrer Castingshow Queen of Drags fällt nicht nur die Anspannung von Heidi Klum ab. Das Topmodel lässt auch die Hüllen fallen. Auf Instagram zeigt sich die Mutter von vier Kindern hüllenlos in der Badewanne und genießt ein ausgiebiges Schaumbad. Ganz schön sexy. Hier wird wirklich nur das Nötigste von den Seifenblasen bedeckt. Ein Anblick, den sonst wohl nur Ehemann Tom Kaulitz genießen darf. Auch wenn Heidi gänzlich auf Kleidung verzichtet, in Sachen Make-up hat sie dafür eine Schippe draufgelegt. Ihre Augen sind von der Aufzeichnung des Staffelfinales noch stark geschminkt. In der Sendung Queen of Drags sucht Heidi Klum gemeinsam mit Bill Kaulitz und Conchita Wurst die beste Dragqueen des Landes. Für die Jury ist es deshalb naheliegend, sich ebenfalls in Schale zu werfen. Heidi kann allerdings nicht nur in diesen farbenfrohen Show-Outfits punkten, sondern trumpft auch immer wieder mit eigenen Kreationen auf. Doch egal ob mit oder ohne Stoff am Körper, Heidi erhitzt so oder so die Gemüter. Eines steht jedenfalls fest. Nach diesem ausgiebigen Bad ist sie die auffällige Schminke mit Sicherheit los. Wie gesagt, wenn Sie das eine